Julia Engelmann sitzt heute bei mir auf der Couch, wer sie noch nicht kennt und vielleicht, ich weiß nicht, das letzte halbe Jahr in einer Höhle verbracht hat und es an ihm vorbeigezogen ist. Julia hat ein Poetry Slam im Hörsaal, beim Hörsaal Poetry Slam in Bielefeld vorgetragen und der ist dann bei YouTube zum absoluten Internet-Hype geworden. Über sechs Millionen Menschen haben das geklickt. So Julia, und jetzt bitte Karten auf den Tisch. War das Ganze nur ein Riesen-Marketing-Gag? Natürlich. Und die Firma ist? Ja, war es? Nein, war es nicht und nein, wenn ich sowas könnte, dann würde ich das vielleicht beruflich machen, solche Sachen planen. Weil dann wäre ich einfach wahnsinnig schlau und könnte in die Zukunft sehen und zaubern und das würde ich dann auch machen, wenn ich das könnte. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen über dich hereingebrochen. Du hast gesagt, du hast jetzt eine Pause gemacht, aber nach jedem positiven Hype, der so kommt, ist es ja irgendwie so ein Naturgesetz, dass danach auch der Gegen-Hype kommt. Das stimmt. Der dann nicht mehr so geil ist teilweise. Wie bist du damit umgegangen? Naja, du hast ja schon gesagt, das Naturgesetz. Also irgendwie war es mir ab einem bestimmten Moment klar, dass es kommen wird. Wer war es tatsächlich? Ja, also so klar, wie es einem sein kann, wie einem das sein kann, was noch nicht passiert ist. Aber ich habe auf jeden Fall irgendwie damit gerechnet und keine Ahnung. Ich meine, ich versuche alles zu Gute und alles zu Schlechte auch nicht allzu ernst zu nehmen, sondern mehr mich auf mein eigenes Feedback für mich selber zu verlassen. Ich stelle es mir so schwer vor, wenn ich irgendwann mitkriege, dass bei YouTube sich Menschen hinstellen und mich nachmachen und so Sachen, die man vielleicht selber vielleicht nicht so toll findet, an sich, dann nochmal so rausheben. Wie kommt man darauf klar? Also ich komme auf jeden Fall damit klar. Ich finde es nicht so schlimm einfach. Ich meine, weil ich auch bei anderen Leuten schon sowas mitbekommen habe und prinzipiell finde ich, ist es sehr okay. Ich finde auch nicht alles toll. Sie können mich nicht alle toll finden. Und dass sich jemand die Mühe macht, sich so anzuziehen wie ich und irgendwie ein Gedicht aufzusagen, finde ich super. Jan Bülmermann hat es immerhin gemacht auch. Ja, ich meine, der hat sich nicht dieses Outfit angezogen. Aber es geht ja aber auch hauptsächlich so ein bisschen auch um dich selber. Also es geht gar nicht um eine andere Person in diesem Slam, sondern vor allem auch über die Einstellung, die man selber hat. Und jetzt, wo das alles so groß geworden ist, bist du ganz schnell zum Sprachrohr der Generation geworden. Ist das, findest du, was einfach eine zu große Bürde ist oder albern oder wie stehst du dazu? Also ich empfinde das nicht so und deswegen, ich nehme das nicht so, also ich finde, da muss man super vorsichtig mit umgehen. Ich finde schon, es reicht schon, dass ich für mich spreche. Das finde ich schon eine Herausforderung. Und deswegen würde ich mir nie anmaßen, für super viele Leute irgendwie zu sprechen. Ich finde auch schwer zu sagen, wer ist denn die Generation und all sowas. Also von daher sehe ich das nicht so, aber es freut mich, wenn es Leute mögen. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, irgendwann sitzt man noch da und denkt sich so, oh Leute, könnt ihr euch jetzt nicht ein anderes Thema suchen? War das so? Es geht. Ich meine, klar war das irgendwie merkwürdig. Es war auch merkwürdig, dass plötzlich so viele so toll finden. Hat es dich überhaupt nicht tangiert, wenn das Leute scheiße fanden? Na klar tangiert einen das, wenn Leute einen doof finden, aber ich freue mich dann eher über die Leute, die mich gut finden oder über die Leute, die mich kennen oder über das, was ich von mir selber halte. Also wirklich, ich finde das nicht so, die kennen mich ja nicht und dann, wer weiß, was die für ein Motiv haben. Vielleicht haben die schlechte Laune, was weiß ich. Hast du dir das angeguckt, durchgelesen, wie auch immer? Teilweise, teilweise nicht. Wonach hast du da unterschieden? Nach wie viel Bock ich drauf hatte und nach einfach, ich wollte mich jetzt auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Manche Sachen haben Eltern und Freunde gelesen und dann gesagt, hier, guck doch mal da rein und guck mal nicht da rein. Hendrix hat eine Frage aus dem Chat, die, glaube ich, nicht deine Werte verletzt. Er fragt, ob du durch deinen Poetry-Slam positiver geworden bist und versuchst jetzt auch alles zu machen, was du willst und alt bist. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich hätte das nicht geschrieben, wenn ich das nicht eh versuchen würde. Also das fängt jetzt ja nicht nur durchs Bekanntsein an, sondern es geht schon lange, lange zurück. Also prinzipiell versuche ich das schon. Nicht alles, aber das, worauf ich Lust habe. Aber jetzt steckt da natürlich auch eine andere Erwartungshaltung hinter. Jetzt sind die Leute so, ach Julia, du hast aber geschrieben, ich soll das so und so oder man soll das so und so machen. Warum machst du denn jetzt nicht? Aber das ist halt auch wieder so. Dann können die Leute gerne mit mir sprechen. Dann würde ich denen sagen, naja, guck mal. Ich meine, ich habe ja immer Gründe für das, warum ich was mache oder warum nicht. Und alles, dass ich sage, mach was draus und mach was, bevor du alt wirst, heißt ja nicht, mach alles. Das habe ich auch gelesen, dass es so eine Kritik war, dass das so YOLO ist, ohne genau drüber nachzudenken, einfach mal machen. Ich finde YOLO gar nicht so schlimm. Du sagst doch, you only live once. Ich finde das gar nicht so dumm. Ich finde das gar nicht so dumm.